Wir sind hier im Industriegebiet an der Buchgrindelstrasse und dürfen hier in der Eventlocation der RIAG das 20-jährige Jubiläum der Vision Insight AG feiern, das uns einen Einblick über die Firma gibt. Ich heisse euch ganz herzlich willkommen, einerseits die Mitglieder des Gewerbvereins Wetziken, aber auch die Mitglieder des Gewerbvereins Atal Seegräben. Ich finde es mega cool, dass wir miteinander mal so einen Anlass organisieren konnten. Dadurch, dass wir auch so nahe sind, haben wir beide gefunden, macht das mega Sinn, dass man sich miteinander verknüpft und austauscht. Wir sind heute Abend hier bei der Vision Insight AG, das ist ein Mitglied des Gewerbvereins Atal Seegräben und des Gewerbvereins Wetziken. Und ganz im Sinn von unserem Wert Miteinander und Füreinander, haben wir gemeinsam mit dem Gewerbverein Wetziken den Anlass auf die Beine stellen. Im gemeinsamen Mitglied haben wir jetzt den Netzwerk Abend geniessen und ja, es macht Spass, einfach das Miteinander zusammen zu geniessen. Im Gewerbverein selber haben wir natürlich eine schöne Beziehung, wir pflegen natürlich gute Austausch mit Wetziken wie mit Segräben. Das ist natürlich mega lässig und wir haben, ich mag mich erinnern, als Start-up, wenn du anfängst, dann kommst du mal an den GEFELD, das war ein IWATZ damals. Ich mag mich erinnern, da habe ich ein paar Leute kennengelernt, das erst mal nicht zu werken, das ist mega lässig. Und dann hat sich daraus ein Termin gegeben, Lunch, oder? Und dann eine Anekdote dazu war, ich bin dann an den Lunch gefahren auf Beretschiluhe. Und ja, dann habe ich gefunden, was zieht, also vorher, was ziehst du an den Lunch? Gut, habe ich eine Schale angeworfen, Hemd und so, und dann bin ich an den Lunch. Und dann zuerst, wenn man sagt, du, gehst du wie da bin als Hochzeit? Ja, dass wir eben den ersten Platz anbrauchen, mit dem haben wir effektiv nicht gerechnet. Und das ist uns nicht gegangen, sondern es ist darum gegangen zu verstehen, wo sind wir gut und wo sind wir nicht so gut. In dem Sinn haben wir das Ziel noch nicht erfüllt, weil wir haben nachher noch gewusst, wir sind überall gut. Bei den Lernenden haben wir auch etwas gemacht, die haben einen coolen Berge bekommen, so einen neuen, modernen Rucksack. Alle Mitarbeiter sind nidisch, das hat es scheinbar gegeben, er hat noch mal wenig die Lehre. Ich bin ein Gewerbler, darum bin ich da. Es ist ja schön in unserer Demokratie, dass wir alle, die sich in der Politik engagieren, hauptsächlich in einem Beruf zu Hause sind und ich bin als Gewerbler da. Und so haben wir ganz verschiedene Vertreter in unserem Rat von allen Richtungen. Und das ist auch ein grundlegender Wert in unserer Demokratie und in unserem Parlament, dass wir alle Vertreter haben. Wir geniessen jetzt den Abend, dürfen uns von der Vision Insight AG verwöhnen lassen und möchten uns somit noch mal herzlich bedanken und noch mal zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren. Bis zum nächsten Mal.